Julius Brink macht mit bei Let's Dance 2016. Er ist seines Zeichens angeblich Sportler, oder war es mal? Aber wenn ich denn so lese, was bei Wiki steht, Volleyball, also Beachvolleyball hat er gespielt. Dann denke ich so, hä, das ist ein Sport? Was, da gibt es tatsächlich EM, WM? So ein Mist, für so ein Mist gibt man Geld aus? Es ist, naja, komische, sinnfreie Sportarten gibt es hier, naja, das ist ein Strandzeug, was eigentlich nur erfunden wurde, da mit halbnackten Weiber rumhampeln und alte geile Säcke, die begaffen können. Aber naja, vielleicht wird er ja von alten Omas begafft, was weiß ich. Auf jeden Fall, Sportler bei Let's Dance finde ich eher langweilig, aber die sind dann wenigstens in einer guten körperlichen Verfassung und können dann wahrscheinlich potenziell tanzen. Von daher vielleicht doch nicht so schlecht, aber ich sehe das eher als langweilig an. Ich möchte lieber wirklich echte Trash-Promis.